Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Oh Mann, was hast du gesagt? Der kriegt sich nach einer Zeit wieder ein. Aber in dem Fall ist es ja kacke, wenn der Amoklauf startet. Oh ficken, gerade kenn ich jetzt. Gerade der, der dich geheilt hat ey. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt im Nahkampf gehen mit dir und dich K.O. schlagen? Das ist doch wieder prima. Das ist doch echt wieder prima. Oh, da ist irgendwas in die Luft gegangen. Irgendwas hat es da zerballert. Die ganzen Boomerloops scheinbar. Na, gratuliere. Warte, ist Sold drauf gegangen? Ne, Sold lebt noch. Sold pennt erstmal. Der hat den Tausendfüßler wohl irgendwo gefangen. Gerettet. Und pennt. Da ist er. Ey, ficken. Achso, der verrottet zum Glück nicht. Ich würde ihn aber trotzdem ganz gern in das andere Lager schaffen. Ähm, okay, was anderes. So, du hast die Minigun, oder? Wie wäre es, wenn du aufstehst und mal ganz kurz Demon Hallo sagst? Du kannst zwar nicht treffen, aber... Boah, was soll denn das jetzt, Demon? ... Drachis hat gerade, wenn ich auch noch zusammengebrochen hätte. Niemand es geschafft. Du schaust nachher noch einmal rein? Okay, alles klar. Danke in die Hände fürs reinschauen. Es geht nur alles schief. Ja, es geht echt alles gerade für die Hunde. Kenny, ähm... Oh, nein, 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 nein. Nicht mit der Spieltegranate. Nicht mit der Spieltegranate. Dann machst du noch mehr kaputt. Ähm, mach einen Nahkampfangriff. Okay, passt. Kenny hat's geschafft. Demon rausgeboxt. Furchtbare Laune. Naja, weil sich die gegenseitig alle an die Gurgel gehen, ey. Mann. Demon, retten. Hahahaha, das ist ja geil. Oh Mann, Demon zuckt aus. Packt's gar nicht mehr. Kenny ist erwischt worden. Wieder ein Stoß am linken Bein. Und er behandelt Sweetie weiter. Das ist super. Achso, der wartet auf Ziele, okay. Ähm, ja, verzehe jetzt meine leckere Mahlzeit. Jetzt hast du's ja echt verdient, Kenny. Und da darfst du dich ja auch noch ausruhen. Demon verzerrt leckere Mahlzeit. Okay, er ist wieder zu sich gekommen scheinbar. Das ist gut. Aber er sollte auch auf jeden Fall noch weiter pennen. Kenny erntet Kartoffeln. Bist du blöd? Leg dich erstmal hin. Zeig. Kümmer dich mal um Kenny. Drachy. Drachy erntet Xiridium. Nahrungsmangel trivial. Magst du nix essen? Dago hat einen Erfen zusammenbruch und läuft herum. Geil. Vor allem der hat die Splittergranate. Geil. Nächster der irre ist. Graf French im Nahkampf an. Ey, seid ihr alle besoffen? Alle voll am durchdrehen. Drachy geht's wieder gut. Nahrungsmittel trivial. Mangel. Aber geht ihm gut. Scheint drüber hinweg zu sein. Okay. Dann haben wir noch Sweetie. Ordentlich was abbekommen hat. Kenny hat zum Glück nicht so viel abbekommen. Wird gerade von Syke behandelt. Dago wird gerade irre. Und Demon trägt Kartoffeln. Schlaf bis vollständig gehält, bitte. Du brauchst keine Kartoffeln rumtragen. Und am besten hier noch einen. Weil da gibt es noch bessere Ergebnisse. Wenn du beim Vitalitätsmonitor angeschlossen bist. Salt. Wir brauchen dich mal ganz eben. Dago greift Hawk im Nahkampf an. Na geil. Moment, 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 Moment. Redet mit Gefangenen, Hawk. Lasst das mal kurz. Lassen wir die das mal ausboxen. Dago hat Bock sich mit dem Gefangenen zu prügeln. Okay. Und schauen wir mal was dabei rauskommt. Bewusstloser Kolonist. Dago ist bewusstlos. Oh Gott. Syke rettet Dago. So, halt legt sich erstmal wieder hin. Wie geil. Wie geil, Jungs. Wie alles vor die Hunde geht gerade, ey. Meine Güte. Syke versorgt Dago. Genni hat sich um Dämon gekümmert. Meditiert jetzt erstmal. Die Stimmung ist gerade ziemlich im Keller. Aber hey Jungs, ihr habt es geschafft mit einem tausend Füßlauf aufzunehmen. Und Drachi hat es überlebt. Entspann mit anderen. Drachi, du hast vielleicht noch immer... Na komm. Ich lass dich erst doch entspannen. Eine gute Laune aufbauen. Red mal mit Fringy. Und dann macht das Raumschiff kaputt, Drachi. Ich hab da großes Vertrauen in dich. Dann schnappt ihr den Salt oder irgendeinen Double. Und macht's gemeinsam das Raumschiff platt. Dargummi kann wieder laufen. Und Syke... Syke... ...betet. Was macht Dargum? Meditiere erstmal. Honk hat auch schon so viel auf die Fresse bekommen. Dass der immer noch lebt. Was macht denn Syke? Ah genau, der betet. Damit seine Stimmung mal ein bisschen höher raufkommt. Spielt Hufeisenwerfen. Okay, Drachi. Mach das mal. Scheiße, sie haben keinen Gewicht. Ich pack das, ich bin Steirach, überlebe alles. Bei dir nachschauen, ob du was verloren hast. Ja klar, mach ich gleich. Drachi, warte. Erstmal da rauflaufen. Und dann schauen wir mal, ob du was verloren hast. Nee. Dreh wieder ein Nahrungsmangel, aber du hattest gerade keinen Bock zum Essen. Da oben haben wir auch noch leckere Mahlzeiten. Also... Kein Problem. So weitermal. Tausend Füßler. Scheint sich zumindest nichts kaputt zu machen. EHein. Sweetie. Schaut auch wieder gesund aus. Timon hat es noch ein bisschen erwischt. Und Salz. Lauf auch mal rauf. Drachi und Zold, ihr macht das mal. Dargo ist eine leckere Mahlzeit. Und dann leg dich wieder hin, Dargo, sonst rastest du wieder aus. Jetzt könntest du ihm wieder einen leichten Nervenzusammenbruch geben. Nimmt leckere Mahlzeit. Ne, schlaft bis vollständig geheilt. Drachi. Hoffen wir mal, dass da nichts mehr rauskommt, aber sicherheitshalber gehe ich mal in Deckung dort oben. Und dann balle auf das Raumschiff. Und wenn etwas rauskommt, laufe ich davon. Zold. Schieße auf Raumschiff mit der Minigun. Hoffen wir mal, dass da nichts mehr rauskommt. Was macht ein Frenchie da? Kriegt einfach in Mahlzeit. Na ja, toll. Stirb Raumschiff, geh drauf. Raumschiff zerstört sich gleich. Ich hoffe, das explodiert jetzt nicht mega. Ja, nice, 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 Jungs. Richtig geil gemacht. Und was haben wir hier drinnen? Silber. Stahl. Und einen KI-Kern. Okay. Oh, nicht übel. Drachi. Gut gemacht. Frenchie trägt die Mahlzeit. Drachi. Hast du Hunger? Na dann isst er mal die leckere Mahlzeit. Sollt. Schnappt ihr den KI-Kern. Drachi setzt sich da erstmal in die Natur. Und dann ruht sich aus. Scharfschützen, Gewehr ausrüsten. Ne, können wir dabei mal nicht. Kann ich präsentieren. Drachi ist kein Träger. Ach, fuck. Na gut. Okay, Drachi, dann geht's wieder nach Hause. Geil. Geil, das läuft. Demon gebe ich... Achso, Demon wäre schon wieder geheilt eigentlich. Aber der hat so eine miese Laune. Okay, gar nicht mehr. Okay. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Demon kriegt das Scharfschützengewehr, wenn er dann erstmal ausgeruht ist. Dann lauft er wieder rauf und holt sich seins. Was du verloren hast, Demon, bin ich echt gespannt. Nur infizierte Wunde am Oberkörper. Nichts verloren. Ihr habt nichts verloren, Jungs. Wie schaut das bei Dargo aus? Auch nichts verloren. Sweetie auch nicht. Psych füttert Demon. Sehr brav. Sehr gut, Jungs. Drachi pennt erstmal. Und Kenny erntet wieder weiter seine Kartoffeln. Boah, Jungs, 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 Jungs. Ich bin stolz. Das muss gespeichert werden. Gefeiert und gespeichert. Geil, geil, geil. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Hammer, Hammer, Hammer. Den Drecks tausendfüßler und sein Fuck-Raumschiff weggeballert. Was? Rock? Schwere Krankheit? Was hast denn du? Starke Grippe? Ach so. Ja, der Typ. Der Typ. Na, auf den habe ich jetzt auch Bock. Na, auf den habe ich jetzt gerade mega Bock. Vielleicht sollte man denen wirklich das Herz entnehmen und alles zerstören. Und ihn dann verhungern lassen. Erstmal Blut reinigen. Da hat er keinen Bock. Da meditiert er lieber. Da ist wieder irgendwas in die Luft geflogen. Zusammenbruch, verwirrt. Sweetie hat einen Zusammenbruch und läuft verwirrt umher. Immerhin das, das ist besser als wenn er irre wird. Infizierte Wunde leicht. Na, hoffentlich kriegt er sich wieder ein. Erstmal die Kleidung ausziehen. Die stört er sowieso. Aber das Käppi lasst an, Sweetie. Das sieht geil aus. Kenny versorgt Demon. Demon scheint soweit auch wieder gut zu gehen. Sie sollten aber zumindest noch die infizierte Wund auch behandeln. Machst du das, Kenny? Zeig, kocht leckere Mahlzeit. Mach zuerst... Boah, bitte mach das Blut weg. Da überall. So, jetzt schneidet hohes Gras. Reinige erstmal das Blut hier, bitte. Sieht ja hier echt scheiße aus. Blut reinigen. Und da bitte auch. Wir haben keine Forschung. Ihr habt noch nicht gesagt, was ihr gerne hättet. Deswegen überlege ich jetzt mal, was ich mache. Mechanoiden in wertvolles Material. Das wäre zum Beispiel doch eine Idee, oder? Für ihn hier müsste er nicht Mechanoid sein. Tausend Füßler. Kampfmechanoid. Hm. Und die Krankenbetten wären auch nicht schlecht. Gerade für solche Geschichten hier. So für Infektionen und sowas. Hm, ja, ich glaube, dass die Krankenbetten keine schlechte Sache sind. Machen wir das mal. Gerade wenn ich sehe, was abgeht. Und das wird wahrscheinlich noch übler werden. Sweetie geht spazieren. Kritischer Alarm, schlechte Laune bei Salt. Sweetie hat auch noch die Mütze fallen lassen. Ohne Nase schmeckt das Essen nicht mehr. Das würde mich anpissen. Stimmt, Timon. Ja, du hast nur die infizierte Wunde und du pennst gerade dich noch aus. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Sonst hätte ich dich schon auch wegen der Minigun geschickt, aber ist, glaube ich, nicht so schlecht, wenn du da noch drinnen bleibst. Vor allem, ähm, da ist er draußen gerade schüttet. Drachi sieht Kartoffeln. Haben wir da oben jetzt noch irgendwas liegen? Also Drachi ist wieder kein Träger, da hat wieder keinen Bock drauf. Salt. Salt forscht. Wir haben wieder mal eine schlechte Laune. Sweetie geht spazieren. Frenchie verzehrt eine Mahlzeit. Ja, passt. Drachi ist kein Träger. So, okay. Und dann vergiss das mal kurz, wenn ihr forschen sollt. Lauf mal rauf und schnapp dir mal das Silber. Damit wir wieder Cola haben. Die Minigun liegt dann da oben und noch rum. Sweetie hat sich wieder eingekriegt und zieht die Hose an. Gut, Dankeschön. Gut, dann rute ich mal aus. Sweetie. Die sind noch am Pennen. Kenny versorgt Sweetie. Sehr schön. Sei Kenny, das hat sie wieder super gemacht. Waffenhändler ist in der Nähe. Das klingt gut, Frenchie. Nicht beten, sondern Waffenhändler rufen. Schauen wir mal, was dieser Harmut aus wird verkaufen können. Molotow-Cocktail, Messer, Messerknüppel, Medizingeschoss, Artilleriegeschoss, Uranmesser, Plastal, Holzspeer, nichts Spannendes eigentlich. Und ich bin gleich wieder da. Kurzen Moment. Einen kurzen Moment. Gleich geht's weiter.